In diesem Video möchte ich euch die Physik statischer elektrischer Felder näher bringen. Die Kraftwirkung elektrischer Ladungen wurde bereits um 550 v. Chr. im antiken Griechenland von Thales von Milet beobachtet. Nach dem Reiben von Bernstein an einem trockenen Fell oder wie hier einem Stück Stoff, ist eine anziehende Kraftwirkung auf eine Vogelfeder festzustellen. Ein einfaches Experiment mit modernen Materialien durchleuchtet die Natur dieses Phänomens etwas genauer. Ein Streifen Kunststoff wird an einem Stück Papier gerieben und auf der Spitze eines Drahtes ausbalanciert. Wird ein Glasstab an dem gleichen Stück Papier gerieben, so ist anschließend eine abstoßende Kraftwirkung zwischen beiden Materialien zu beobachten. Wird Bernstein anstelle des Glasstabes verwendet, so besteht eine anziehende Kraft zu dem Kunststoffstreifen. Heute wissen wir, dass die Ladungsübertragung durch Reibung im Wesentlichen durch Elektronen bewirkt wird. Die griechische Bezeichnung für Bernstein lautet Elektron. Es existieren offensichtlich gegensätzliche Ladungsarten, die als positive bzw. negative Ladung bezeichnet werden. Mit einer deutlich besseren Version als der hier zu sehenden Torsionswaage untersuchte Charles-Augustin de Coulon die durch Ladungen verursachte Kraftwirkung genauer und veröffentlichte 1785 das nach ihm benannte Coulonsche Gesetz. Dieses besagt, dass der Betrag der Kraft zwischen zwei geladenen Kugeln proportional zum Betrag des Produkts der beiden Ladungsmengen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands der Kugel Mittelpunkte ist. Haben beide Ladungen das gleiche Vorzeichen, so besteht eine abstoßende Kraftwirkung, andernfalls ist diese anziehend. Wieso in der hier zu sehenden Formel eine konstante k auftaucht, werden wir im Verlauf des Videos noch sehen. Rein mathematisch werden Ladungen meist als sehr klein, genau genommen als punktförmig betrachtet. Zur besseren Darstellung verwende ich jedoch Kreise mit einer endlichen Ausdehnung, deren Ladung als im Kreis Mittelpunkt befindlich behandelt wird. Hier ist auf der vertikalen Achse die Kraftwirkung zwischen zwei punktförmigen positiven Ladungen von je plus einem Mikrokoulomb über den Abstand in Metern auf der horizontalen Achse zu sehen. Für Werte oberhalb von 8 Metern beträgt die Kraft weniger als 0.14 Millinewton, während diese für kleinere Abstände ansteigt. In einem Abstand von 4 Metern ergeben sich 0.56 Millinewton... ...bei 2 Metern 2.24 Millinewton... ...und der Wert im Abstand von nur einem halben Meter liegt außerhalb des angezeigten Bereichs des Koordinatensystems, also über 40 Millinewton. Die Kraft geht für sehr kleine Abstände gegen unendlich. Die Kurve verläuft an der Y-Achse gespiegelt. Die Kraft steigt also in gleicher Form, wenn sich die zweite Ladung von links kommend an die im Nullpunkt des Koordinatensystems befindliche erste Ladung annähert. Der Abstand R geht quadratisch in die Gleichung ein, wodurch sich auch bei negativen Werten für X2 ein positiver Wert für die Kraftwirkung ergibt. Ferner ist der Abstand physikalisch als der Absolutbetrag der Differenz der Punkte auf der X-Achse zu verstehen. Hier ist der dreidimensionale Plot zu sehen, der die Kraft auf eine Ladung verursacht von der Ladung im Koordinatenursprung in der gesamten X-Z-Ebene berücksichtigt. Das resultierende Bild entspricht einem umgestülpten Trichter, der auf der Y-Achse nach oben für sehr kleine Abstände R gegen unendlich steigt. In der Darstellung werde ich die Spitze des Trichters mitunter kappen, um die Abbildung übersichtlicher zu gestalten. Es werden also nur Werte bis zu einem Minimalabstand betrachtet. Die Ladung wird dabei dennoch als punktförmig behandelt, diese sitzt in der X-Z-Ebene im Mittelpunkt des rot gezeichneten Kreises. Das die Kraft repräsentierende Gitter ist in großen Abständen von der im Zentrum befindlichen Ladung nur schwach gekrümmt und liegt nahe an der X-Z-Ebene. Gehen wir zurück zu einer zweidimensionalen Darstellung einer positiven Punktladung. Das die Ladung umgebende Feld wird mit Hilfe einer weiteren Ladung, die im folgenden als Probeladung bezeichnet wird, untersucht. In der vektoriellen Darstellung des Coulomb-Gesetzes wird der Abstand über die Ortsvektoren der beiden Ladungen errechnet. Befindet sich Ladung 1 im Koordinatenursprung, so wird der Ortsvektor für Q1 zu 0 und wir erhalten die vereinfachte Form. Für jeden Punkt des elektrischen Feldes rund um diese Ladung kann der Betrag der Kraft und deren Richtung auf eine zweite Punktladung angegeben werden. Die Richtung der Kraft wird durch den schwarz gezeichneten Ortsvektor R2 vorgegeben, dieser liegt auf der Verbindungslinie der beiden Ladungen und zeigt von der positiven Ladung im Zentrum weg. Der Absolutwert der sich ergebenden Kraft ist proportional zur Länge der grün gezeichneten Kraftvektoren. Wie aus der Formel abzulesen ist und wie wir bereits gesehen haben, steigt die Kraft mit kleiner werdendem Abstandsvektor an und geht für sehr kleine Abstände gegen unendlich. Je länger der Ortsvektor R2, umso kürzer der resultierende Kraftvektor. Es gilt, dass zu jeder Kraft auch eine Gegenkraft existiert. Zur Berechnung der Kraft auf Ladung 1 muss Ortsvektor 2 von Ortsvektor 1 abgezogen werden. Da Ladung 1 nach wie vor im Koordinatenursprung sitzt und somit R1 0 bleibt, ist der resultierende Abstandsvektor minus R2. Es ergibt sich eine Kraft gleichen Betrags, aber mit im Vergleich zu R2 entgegengesetzter Richtung, die im Koordinatenursprung angreift. Betrag und Richtung der Kraft auf die Probeladung ändern sich nicht, wenn anstelle der beiden positiven Ladungen zwei negative Ladungen von je minus einem Mikrokoulon untersucht werden. Die beiden Ladungen gehen als Produkt in das Coulon'sche Gesetz ein und minus 1 mal minus 1 ist gleich plus 1 mal plus 1. Die Situation ändert sich, sobald eine positive und eine negative Ladung untersucht werden. Nun zeigen die Kraftvektoren hin zum Koordinatenursprung, wobei es unerheblich ist, ob die Ladung im Zentrum oder die zweite Ladung minus einem Mikrokoulon entspricht. In beiden Fällen ergibt sich ein negativer Wert für die resultierende Kraft, diese wirkt entgegen der Richtung des Abstandsvektors R2. Gehen wir zurück zur Situation mit der Ladung von plus einem Mikrokoulon im Zentrum. Dividieren wir die auf die Probeladung wirkende Kraft durch deren Ladung, so erhalten wir die von der Ladung im Koordinatenursprung verursachte elektrische Feldstärke. Die elektrische Feldstärke gibt also an, welche Kraft pro einem Coulon Ladung in einem Punkt des Feldes der Ladung im Zentrum ausgeübt wird. Diese ist wie die Coulonkraft ein Vektor, berücksichtigt also neben dem Betrag auch die Richtung. Bei gleichem Abstand vom Zentrum ergibt sich für eine punktförmige Ladung ein gleicher Betrag für die elektrische Feldstärke. Wird die Ladung im Zentrum halbiert, sinkt die elektrische Feldstärke in allen Punkten auf die Hälfte und so auch die Kraft auf eine Probeladung in dem Feld. Um elektrostatische Felder zu visualisieren, werden häufig Feldlinien gezeichnet, welche die von einer oder mehreren Ladungen in einem Punkt ausgeübte Kraft richten. Die Feldlinie zeichnet den Weg, entlang dessen sich eine positive Probeladung ohne Berücksichtigung von Masseträgheit oder Beschleunigungseffekten bewegt. Die Bewegung startet in der Animation an der positiven Ladung unter einem Winkel von 0 Grad. Der resultierende Kraftvektor an diesem Punkt zeigt von der positiven Ladung im Zentrum weg. Bewegen wir die Probeladung also um ein kleines Wegstück entlang dieser Richtung und berechnen die Kraftwirkung erneut. Für die hier gezeigte Situation zeigt der Vektor wiederum in die gleiche Richtung. Wird dieser Vorgang ständig wiederholt, so erhalten wir eine sich vom Zentrum der Ladung ins unendliche erstreckende Feldlinie. Dieser Vorgang kann mit verschiedenen Startpunkten wiederholt werden, womit wir das Feldlinienbild einer einzelnen positiven Punktladung erhalten. Theoretisch sind ausgehend von der Punktladung unendlich viele Feldlinien nach diesem Schema möglich, der Übersicht halber werden jedoch nur einige Linien eingezeichnet, wie viele das sind, liegt in der Hand des Künstlers. Physikalisch gesehen gibt es keine derartigen Linien, es handelt sich lediglich um Hilfsmittel zur Visualisierung elektrischer Felder. Laut Definition gibt die Richtung der Bewegung einer positiven Probeladung die Richtung der Feldlinien an, die Pfeile der Feldlinien zeigen daher von der positiven Ladung weg. Die Feldlinien verlaufen natürlich nicht nur in einer Ebene. In der dreidimensionalen Darstellung verlaufen die Feldlinien auch unter und oberhalb der XY-Ebene geradlinig von der Punktladung im Zentrum weg ins Unendliche. Das Feldlinienbild einer negativen Ladung unterscheidet sich nur in einem Punkt von dem einer positiven Punktladung. Die positive Probeladung wird von der negativen Ladung im Zentrum der Darstellung angezogen. Der Vektor der elektrischen Feldstärke zeigt in allen Punkten des Raumes in Richtung der negativen Ladung, entsprechend verlaufen die Feldlinien aus dem Unendlichen kommend auf die negative Ladung zu, was ebenfalls durch Pfeile veranschaulicht wird. Betrachten wir mit Hilfe der Probeladung das Feldlinienbild einer positiven und einer negativen Ladung. Die elektrische Feldstärke in einem Punkt ergibt sich durch Addition der Feldstärkevektoren beider Ladungen. Nach der Berechnung des Vektors für die positive Ladung erfolgt die Berechnung für die negative Ladung. Wird der Startpunkt des zweiten Vektors an den Endpunkt des ersten Vektors verschoben, so wird die Summe durch einen Vektor vom Startpunkt des ersten zum Endpunkt des zweiten Vektors dargestellt. Nach diesem Verfahren, das man als Superpositionsprinzip bezeichnet, kann die elektrische Feldstärke in jedem Punkt des Raumes um die beiden Ladungen errechnet werden. Es ist zu sehen, dass die Vektoren in der rechten Bildhälfte in Richtung der negativen Ladung zeigen, während diese auf der linken Seite von der positiven Ladung weg zeigen. Entlang der Y-Achse zeigen alle Vektoren parallel zur X-Achse. Nach dem Superpositionsprinzip kann auch das Feldlinienbild errechnet werden. In einzelnen Schritten wird die elektrische Feldstärke berechnet und die als masselos betrachtete Probeladung in Richtung des sich ergebenen Vektors verschoben. Ausgangspunkt ist erneut die positive Ladung links im Bild. Die Schrittweite sollte nicht zu groß gewählt werden. Je kleiner diese ausfällt, umso näher ist die Simulation an der tatsächlichen Bahn der Probeladung. Wie zu sehen sind fast alle Feldlinien gekrümmt und laufen von der positiven hin zur negativen Ladung. In jedem Punkt einer Feldlinie zeigt die Tangente in Richtung des Vektors der elektrischen Feldstärke. Wie die Vektoren für die elektrische Feldstärke veranschaulichen auch die Feldlinien die Richtung der wirkenden Kraft auf eine positive Ladung. Lediglich zwei Feldlinien verlaufen nicht von der positiven zur negativen Ladung. Wird die Probeladung genau links von der positiven Ladung platziert, so zeigt der Vektor der elektrischen Feldstärke weg von beiden Ladungen. Diese Feldlinie endet wie die zuvor behandelten Linien einer einzigen positiven Ladung im Unendlichen. Auf der rechten Seite verläuft die Feldlinie aus dem Unendlichen kommend auf der Verbindungsachse der beiden Ladungen hin zur negativen Ladung. Die Berechnung erfolgt analog im dreidimensionalen Raum. Alle Feldlinien verlaufen rotationssymmetrisch zur Verbindungsachse beider Ladungen. Betrachten wir als nächstes die Energie einer Probeladung in dem elektrischen Feld einer positiven Punktladung. An einem Körper wird Arbeit verrichtet, wenn eine Kraft nötig ist, um diesen Längs des Weges zu bewegen. Wird die Probeladung, die als masselos betrachtet wird, senkrecht zum Verlauf der Feldlinien, also auf einer Kreisbahn um die Ladung im Zentrum bewegt, so ist dabei in Richtung der Kreisbahn keine Kraft nötig. Die von dem elektrischen Feld verursachte Kraftkomponente steht ja senkrecht zur Bewegungsrichtung. Betrachten wir im folgenden also nur die Bewegung der Probeladung in Richtung der Punktladung im Zentrum oder von dieser weg. Um den Abstand von 6 auf 3m zu verringern, muss eine Kraft in Richtung der Bewegung aufgewendet werden, der Kraftvektor ist in Magenta gezeichnet. Die Bewegung erfolgt entgegen der Richtung der von dem Feld verursachten Kraft, die als grüner Vektor dargestellt wird. Es wird Arbeit verrichtet und dem System somit Energie zugeführt. Bei konstantem Kraftaufwand ist die zu verrichtende Arbeit gleich dem Produkt aus der in Wegrichtung wirkenden Kraft und der Wegstrecke. Wie wir bereits gelernt haben, ist jedoch die Kraft im Feld einer Punktladung nicht konstant. In dem bereits bekannten Diagramm, das ein Kraftverlauf über den Abstand zeigt, ergibt sich die zugeführte Energie aus der Fläche unterhalb der Kurve zwischen Start und Endpunkt der Bewegung. Das Integral kann berechnet werden und wir erhalten damit die zugeführte Energie. Wird der Abstand vergrößert, so läuft dieser Prozess freiwillig ab, da der Vektor der elektrischen Feldstärke in Richtung der Bewegung zeigt, Länge und Richtung des grünen Vektors entsprechen exakt dem des magentafarbenen Vektors. Dem System wird potenzielle Energie entzogen. Bewegen wir uns zurück zum Ausgangspunkt, so entspricht die abgegebene Energie, abgesehen vom Vorzeichen, der zuvor zugeführten Energie. Der die Kraft repräsentierende Verlauf der Kurve und somit die Fläche unterhalb dieser hat sich während des Prozesses nicht geändert. Die sich aus dem Abstand der beiden Ladungen ergebene Energie bezeichnet man als potenzielle Energie des Systems. Laut Definition ist die potenzielle Energie bei unendlichem Abstand der beiden Ladungen zueinander Null. Um die Probeladung aus dem unendlichen auf einen Abstand R an die Ladung im Koordinatenursprung heranführen zu können, muss Energie zugeführt werden. Die Fähigkeit des elektrischen Feldes, Arbeit zu verrichten, bezeichnet man als Potenzial. Entsprechend kann man das elektrische Feld einer Ladung auch durch das von dieser verursachte Potenzial beschreiben. Die potenzielle Energie in einem Punkt des Feldes ist abhängig von der Stärke sowohl der Ladung im Zentrum, die mit Q1 bezeichnet wird, als auch der Probeladung, die hier mit Q2 bezeichnet wird. Für kleine Abstände geht auch die Kurve für die Energie des Systems gegen unendlich. In der Animation bleiben die Verläufe der beiden Graphen unverändert, wenn Q2 von einem Mikrokulo auf ein Coulomb gesetzt wird, da gleichzeitig die Einheit der Kraft von Millinewton auf KiloNewton und die der Energie von Millijoule auf KiloJoule verändert wird. Die Energie im Feld der ein Mikrokulo Punktladung Q1 ist jetzt, wie bereits gesagt, bezogen auf eine Probeladung von einem Coulomb. Der Wert für die Energie im Feld einer Ladung, bezogen auf eine Probeladung von einem Coulomb, ist identisch zu dem Potenzial in dem Punkt des Feldes. Als Einheit ergibt sich Joule pro Coulomb, in der Animation erhalten wir auf der Y-Achse KiloJoule pro Coulomb. Das Potenzial ist im Gegensatz zur Kraft kein Vektor, also keine gerichtete Größe, entsprechend handelt es sich bei dem Potenzialfeld einer Ladung um ein Skalarfeld. Gemäß der Definition des Abstands ergeben sich stets positive Werte für R, die Funktion verläuft daher an der Y-Achse gespiegelt. In der 3D-Animation ist das Potenzial auf der Y-Achse über den Abstand in der XZ-Ebene aufgetragen. Für große Abstände geht das Potenzial gegen Null, die Punkte liegen fast in der XZ-Ebene, für sehr kleine Abstände hingegen geht das Potenzial gegen Unendlich. Erneut werde ich in der Animation die Spitze des sich ergebenen Trichters abschneiden, also das Potenzial nur bis zu einem Mindestabstand betrachten. Es ist egal, auf welchem Weg die Probeladung aus dem Unendlichen kommend auf einen Punkt im Feld der Ladung bewegt wird, es wird dazu stets die gleiche Energie benötigt. In der Animation wird die kleine orangefarbene Kugel, welche die potentielle Energie der Probeladung symbolisiert, immer auf die gleiche Höhe über der XZ-Ebene gehoben, unabhängig davon, welchen Weg diese vom Start zum Endpunkt einschlägt. Auf Weg Nummer 1 wird diese konstant angehoben, es wird also ständig Energie zugeführt. Auf dem zweiten Weg hingegen wird die Kugel zunächst über den Zielpunkt hinweg angehoben, wozu mehr Energie benötigt wird als auf dem ersten Weg. Dieser Energieüberschuss wird wieder abgegeben, wenn sich die Kugel bergab zum Zielpunkt bewegt. In Summe muss die gleiche Energie zugeführt werden. Bewegt sich die Probeladung auf einer Kreisbahn um die Ladung im Koordinatenursprung, so bleibt die orangefarbene Kugel auf einer konstanten Höhe, es wird weder Energie zugeführt noch abgegeben. Auf allen Punkten einer Kreisbahn mit der Ladung im Mittelpunkt ist der Wert für das Potential gleich, da sich der Abstand der beiden Ladungen zueinander nicht ändert. Einen Pfad mit konstantem Potential in der Animation mit gleicher Höhe über der XZ-Ebene bezeichnet man als Äquipotentiallinie. Es können mehrere dieser Äquipotentiallinien eingezeichnet werden. Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten auf der das Colorpotential repräsentierenden Fläche bezeichnet man als Spannung, diese gibt an, welche Arbeit nötig ist, um eine Ladung innerhalb eines elektrischen Feldes zu bewegen. Das elektrische Potential ist die Spannung in Bezug auf einen festen Referenzpunkt, den man als Masse bezeichnet. Das Nullpotential liegt in dieser Animation in unendlichem Abstand zu der Punktladung im Zentrum der Anordnung. Wir werden im Verlauf des Videos jedoch Fälle kennenlernen, in denen sich das Nullpotential in endlichem Abstand zu einer Ladung befindet. Die Spannung, in dieser Animation die Höhendifferenz auf der 3D-Fläche, ist zwischen allen Punkten zweier Äquipotentiallinien konstant. Die Äquipotentiallinien werden oftmals so gezeichnet, dass zwischen benachbarten Linien ein fester Spannungsabfall besteht. Beim Blick von oben auf die Potentialfläche wird der scheinbare Abstand zwischen den konzentrischen Kreisen der Äquipotentiallinien zum Zentrum hin immer kleiner. Dieser Blickwinkel wird üblicherweise in 2D-Darstellungen verwendet. Betrachten wir den Potentialverlauf zwischen einer negativen Ladung im Zentrum und der nach wie vor positiven Probeladung, so bilden auch hier die Äquipotentiallinien konzentrische Kreise. In der dreidimensionalen Darstellung der Funktion ergibt sich ein mit der Spitze nach unten zeigender Trichter. Da sich die beiden Ladungen gegenseitig anziehen, sinkt die potentielle Energie, wenn der Abstand verringert wird. Die Kugel rollt freiwillig auf der Fläche in Richtung der negativen Ladung im Zentrum, es muss jedoch Energie aufgewendet werden, um diese bergauf zu rollen und damit den Abstand zwischen beiden Ladungen zu vergrößern. Bei der Bewegung auf einer Äquipotentiallinie bleibt die Energie des Systems unverändert. Für sehr kleine Abstände geht der Wert gegen minusunendlich und in unendlichem Abstand ist das Potential gleich Null. Im Gegensatz zur Darstellung mit einer positiven Ladung im Koordinatenursprung liegen alle Punkte der Fläche unterhalb der XZ-Ebene. Hier ist erneut der dreidimensionale Potentialverlauf einer einzelnen positiven Punktladung zu sehen. Die Lage der Punktladung wird längs der X-Achse versetzt. Wird in der Animation eine negative Ladung eingeblendet, so formt sich auf der rechten Bildhälfte ein nach unten offener Trichter, wobei alle Punkte der Potentialfläche ein wenig nach unten gezogen werden. Die Animation stoppt, sobald der Betrag der negativen Ladung der positiven Ladung entspricht. Das Feldlinienmodell für eine negative und eine positive Ladung hatten wir bereits konstruiert. Analog zur Berechnung der elektrischen Feldstärke ergibt sich das Potential an einem Punkt im Raum aus der Addition der Potentiale beider Ladungen, es gilt auch hier das Superpositionsprinzip. Links der Z-Achse befinden sich alle Punkte der Potentialfläche nach wie vor oberhalb der XZ-Ebene, rechts davon sind diese unterhalb der Ebene. Zeichnen wir die Equipotential-Linien ein, so ist zu beachten, dass die in rot Tönen gezeichneten Linien einem positiven Potential und die blau gezeichneten Linien einem negativen Potential entsprechen. Es handelt sich beim Blick von oben auf die XZ-Ebene nicht mehr um konzentrische Kreise, lediglich nahe an den Punktladungen verlaufende Linien annähernd kreisförmig mit der jeweiligen Ladung im Mittelpunkt. Der Abstand der beiden Ladungen von der Z-Achse ist gleich groß und der Betrag der negativen Ladung entspricht dem der positiven, daher schneidet die dreidimensionale Fläche die XZ-Ebene entlang der Z-Achse. Die Equipotential-Linie für das Nullpotential ist im Gegensatz zu allen anderen Equipotential-Linien keine geschlossene Linie und diese befindet sich in endlichem Abstand zu beiden Ladungen. Die die Energie der Probeladung repräsentierende Kugel bewegt sich von fast jedem Punkt auf der Fläche weg von der positiven und hin zur negativen Ladung. Die rot gezeichnete Kugel der Probeladung selbst bewegt sich dabei längs einer Feldlinie in der XZ-Ebene. Für den umgekehrten Prozess muss Energie aufgewendet werden. Die Probeladung wird hin zur positiven Ladung bewegt, wobei die potenzielle Energie des Systems steigt. Auf der Verbindungslinie der beiden Ladungen links der positiven Ladung bewegt sich die Probeladung geradlinig von beiden Ladungen weg ins Unendliche. Beim Einblenden der negativen Ladung war bereits zu sehen, dass durch diese alle Punkte der Potentialfläche nach unten gezogen werden. Beim Ausblenden bewegen sich die Punkte wieder nach oben. Was passiert, wenn der Abstand der Ladungen zueinander verringert wird? Betrachten wir je 5 Punkte mit festem Abstand zu einer der beiden Ladungen, so sehen wir, dass das Potential an allen Punkten gegen Null geht, wenn sich die Ladungen nähern... ...beziehungsweise dass das Potential an den Punkten links der Mitte steigt und rechts davon sinkt, wenn sich die Ladungen voneinander entfernen. Als Konsequenz dieses Verhaltens verläuft die Potentialfläche im Zwischenraum steiler, im Außenraum jedoch zunehmend flacher, je geringer der Abstand zwischen den Ladungen wird. Bei Annäherung steigt der Betrag der Potentialdifferenz zwischen je zwei festen Punkten auf der X-Achse im Raum zwischen den Ladungen an, während dieser im Außenraum sinkt. Im Außenraum wird die Wirkung des elektrischen Feldes mit kleiner werdendem Abstand neutralisiert. Da die beiden Ladungen als punktförmig betrachtet werden, kann der Abstand rein mathematisch auf Null gesetzt werden, womit die Potentialdifferenz im Außenraum verschwindet und im Innenraum gegen unendlich steigt. Form und Lage der Equipotentiallinien zeigen ebenso die Schwächung des elektrischen Feldes im Außenraum und dessen Verstärkung im Zwischenraum, sowohl in der 3D... ...als auch in der 2D-Darstellung. Die von den Linien eingeschlossene Fläche wird bei Annäherung verringert... ...und beim Entfernen vergrößert. Das Potential leitet sich, wie wir bereits gesehen haben, aus der elektrischen Feldstärke ab. Bei der Annäherung zweier unterschiedlicher Ladungen sinkt daher die elektrische Feldstärke in allen Punkten im Außenraum der beiden Ladungen, während diese im Zwischenraum ansteigt. Die Summe aller positiven und negativen Ladungen im Universum entspricht nach momentanem Kenntnisstand höchstwahrscheinlich Null, zu jeder positiven Ladung existiert also eine negative Ladung. Da zwischen unterschiedlichen Ladungen anziehende Kräfte wirken, sind positive und negative Ladungen in unserer Umgebung meist sehr nahe beieinander und wir können keine elektrischen Felder messen. Um ein elektrisches Feld aufzubauen, muss der Abstand zwischen unterschiedlichen Ladungen vergrößert werden, wozu Energie benötigt wird. In der Animation wird die negative Ladung nach rechts, die positive Ladung nach links gezogen, wodurch die elektrische Feldstärke in allen Punkten im Außenraum ansteigt. Im Zwischenraum sinkt diese. Wird der Prozess für weitere Ladungspaare durchgeführt und werden die negativen bzw. positiven Ladungen in einem möglichst kleinen Volumen zusammengebracht, so steigt in Summe die elektrische Feldstärke in allen Punkten des Raumes an. Für diesen Prozess muss weitere Energie zugeführt werden, da sich die gleichnamigen Ladungen abstoßen. Ändern wir die räumliche Anordnung der Ladungen, so dass diese zwei zueinander parallele Linien bilden. Die Vektoren verlaufen im Zwischenraum der Anordnung nahe der Mittelachse nahezu parallel zueinander. Dieser Effekt wird auf einen größeren Bereich ausgeweitet, je länger die Ketten aus positiven bzw. negativen Ladungen werden. Wird eine Probeladung in den Bereich zwischen den Ketten gebracht, so wird diese in allen Punkten im Kernbereich der Anordnung genau nach rechts gezogen. Der Betrag der Kraft repräsentiert durch die Größe des gezeichneten Vektors variiert sichtbar. In dem von dem grünen Pfad eingeschlossenen Bereich erhalten wir eine Abweichung von 51%. Für den von der gelben Kurve eingeschlossenen Bereich, der an den Rändern der beiden Ketten verläuft, ist die Abweichung deutlich größer. Die Kraft variiert hier um bis zu 67%. Ferner weicht die Richtung des Kraftvektors deutlich von der horizontalen Achse ab. Der nächste Schritt besteht darin, weitere Ketten bestehend ausgeladenen Teilchen ober- und unterhalb der betrachteten Ebene hinzuzufügen. In der Ebene im Zentrum der Anordnung ist zu bemerken, dass die Vektoren der elektrischen Feldstärke jetzt auch nahezu die gleiche Länge haben. Wird die Probeladung erneut in das Feld im Innern der Anordnung gebracht, so beträgt die Variation der Kraft im Kernbereich jetzt nur noch 23%. Aufgrund der gestiegenen Anzahl positiver Ladungen links der Probeladung sowie negativer Ladungen rechts davon ist der Betrag der Kraft in allen Punkten im Innenraum gestiegen. Die Variation der Kraft innerhalb der gelben Kurve beträgt nur noch 48%, nach wie vor weicht die Kraftrichtung in den Randbereichen deutlich von der Richtung im Kernbereich ab. Verringern wir jetzt den Abstand der beiden Platten zueinander. Dadurch steigt die elektrische Feldstärke in allen Punkten im Zwischenraum weiter an. Entsprechend steigt auch der Betrag der auf die Probeladung wirkenden Kraft. Die Variation in dem grün gezeichneten Kernbereich beträgt jetzt nur noch 13%. Ein elektrisches Feld, in dem der Feldstärkevektor in allen Punkten in die gleiche Richtung zeigt und den gleichen Betrag besitzt, bezeichnet man als homogenes elektrisches Feld. Entsprechend ist in einem derartigen Feld die Kraft auf eine Probeladung in allen Punkten gleich groß und zeigt in die gleiche Richtung. Rein mathematisch erhält man ein derartiges Feld zwischen zwei unendlich ausgedehnten, planparallelen Platten mit Ladungen gleichen Betrags, aber unterschiedlichen Vorzeichens. Wie in der Simulation gezeigt, erhält man ein annähernd homogenes Feld auch zwischen zwei Platten endlicher Ausdehnung. Je kleiner der Abstand der Platten im Verhältnis zu deren Ausdehnung, umso näher ist das elektrische Feld im Kernbereich an einem idealen homogenen Feld. Ladung ist quantisiert, das bedeutet, dass Ladung nicht als beliebige Ladungsmenge, sondern nur als ganzzahliges Vielfaches der kleinsten frei existierenden elektrischen Ladungsmenge auftritt. Das Elektron ist ein Träger der kleinsten negativen Elementarladung, die minus 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb entspricht. Um eine stärkere negative Ladung in einem Raumvolumen zu erhalten, müssen weitere Elektronen in dieses eingebracht werden. Die Ladung steigt dabei in dem betrachteten Volumen jeweils um den Wert einer negativen Elementarladung an. In neutralen Atomen existiert zu jedem Elektron ein Proton, das Träger einer positiven Elementarladung, also plus 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb ist. Das einfachste Atom ist das Wasserstoffatom, das aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle besteht. Elektron und Proton nähern sich im Wasserstoffatom nicht beliebig nahe aneinander an, wie es aufgrund der elektrostatischen Kräfte zu erwarten wäre, stattdessen wird ein Minimalabstand nicht unterschritten. Die Bewegung der Elektronen um die Atomkerne sorgt dafür, dass die negative Ladung der Elektronenhülle wirkt als seit diese um den Atomkern herum verschmiert, wodurch die positive Ladung des Kerns weitgehend abgeschirmt wird. Nach ähnlichen Mechanismen bilden sich Moleküle mit festen Abständen der Atomkerne untereinander. In Molekülen existieren aufgrund des Verhaltens der Elektronenhüllen Bereiche unterschiedlich stark konzentrierter Ladung. Die Gründe für dieses Verhalten können alleine mit elektrostatischen Effekten nicht erklärt werden und sollen an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. Es bleibt festzuhalten, dass die positiven und negativen Ladungen in Molekülen nicht gleichförmig verteilt sind und der Abstand der Ladungen zueinander bestimmte Mindestabstände nicht unterschreitet. Befindet sich zu einer negativen Ladung minus Q im Abstand d eine dem Betrag nach gleich große positive Ladung plus Q und sind diese Ladungen untereinander starr verbunden, so besitzt diese Struktur ein Dipolmoment. Die Anordnung bezeichnet man auch kurz als elektrischen Dipol. Das Dipolmoment steigt sowohl, wenn der Betrag der Ladungen erhöht wird... ...als auch bei konstanter Ladung mit zunehmendem Abstand zwischen den Ladungen. Als Einheit für das elektrische Dipolmoment ergibt sich in SI-Einheiten Coulomb mal Meter, kurz Coulomb Meter. Befindet sich ein elektrischer Dipol in einem äußeren elektrischen Feld, so wirkt ein Drehmoment auf die Anordnung. In einem homogenen Feld richtet sich dieser mit seiner Achse parallel zu den Feldvektoren aus. Das Drehmoment ist maximal, wenn die Achse des Dipols senkrecht zu den Vektoren des äußeren Feldes steht und dieses wird Null, wenn die Achse parallel dazu ausgerichtet ist. Das äußere elektrische Feld wird in dieser Stellung im Zwischenraum des Dipols abgeschwächt, im Außenraum hingegen verstärkt. Betrachten wir eine Anordnung bestehend aus zwei positiven Ladungen und einer dem Betrag nach doppelt so großen negativen Ladung, die wie hier zu sehen unter einem Winkel von 105 Grad zueinander angeordnet sind, wie es für ein Wassermolekül in etwa zutrifft. Auch hier existiert ein Dipolmoment, zu dessen Berechnung für die beiden positiven Ladungen der sogenannte Ladungsschwerpunkt errechnet wird, der sich in diesem Fall in der Mitte auf der Verbindungslinie befindet. Das Dipolmoment ergibt sich aus dem Abstand des Ladungsschwerpunkts der positiven Ladungen vom Zentrum der negativen Ladung. Die Stärke des Dipolmoments variiert mit dem Bindungswinkel und dieses verschwindet, wenn der Winkel 180 Grad beträgt. In diesem Fall liegt der Ladungsschwerpunkt der beiden positiven Ladungen im Zentrum des Moleküls, in dem sich die negative Ladung befindet. In dieser Animation sind die unteren Moleküle fixiert, so dass sich diese weder bewegen noch rotieren können, während die oberen Moleküle um die Z-Achse gedreht werden. Zwischen den Molekülen mit Dipolmoment wirken bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen insgesamt höhere elektrostatische Kräfte als zwischen den rechts gezeichneten Molekülen mit linearem Aufbau ohne einem derartigen Moment. Die gelben Pfeile zeigen die in Richtung der Moleküle wirkenden Teilkräfte. Der Schmelzpunkt von linear aufgebautem Kohlendioxid liegt bei minus 56 Grad Celsius, der von Wasser mit einem Dipolmoment von 6,18 mal 10 hoch minus 30 Km hingegen bei 0 Grad Celsius. Ein Dipolmoment kann auch unter dem Einfluss eines elektrostatischen Feldes induziert werden, hier wird ein homogenes äußeres Feld angelegt. In einem neutralen Atom oder Molekül kann die Elektronenhülle deformiert werden, wodurch der Ladungsschwerpunkt der negativ geladenen Hülle nicht mehr im Zentrum des Atoms zu liegen kommt, man spricht auch von Verschiebungspolarisation. Aufmerksame Beobachter dürften schon bemerkt haben, dass die Werte für Ladung und Abstand in dieser Animation nicht den Dimensionen eines realen Atoms entsprechen. Ausgehend von der Definition des Dipolmoments kann das Modellatom durch zwei Ladungen mit festem Abstand zueinander ersetzt werden. Zwischen dem äußeren Feld und dem induzierten Dipol besteht eine Wechselwirkung. Steigt das äußere elektrische Feld, so wird der Abstand zwischen den Ladungen des Modellatoms vergrößert. Geht das äußere Feld gegen Null, so verschwindet auch das induzierte Dipolmoment. In der folgenden Animation werden erneut zwei Platten aus unterschiedlich geladenen Partikeln verwendet, um ein annähernd homogenes elektrisches Feld zu erzeugen. Im Zentrum der Anordnung befindet sich eine Kette aus neutralen Atomen. Mit steigender Feldstärke werden die negativen Ladungen zunehmend nach links, die positiven Ladungen hingegen nach rechts gezogen. Durch die Ausbildung der Dipole wird ein zusätzliches elektrisches Feld generiert. In jedem Punkt des Raumes kann der resultierende Feldstärkevektor durch Addition der Vektoren beider Felder errechnet werden, wie bereits erwähnt gilt das Superpositionsprinzip. Im Innenbereich der Dipole verlaufen die Vektoren der elektrischen Feldstärke entgegen denen des äußeren Feldes, hier wird das elektrische Feld geschwächt. Durch die Ausbildung der Dipole wird das Feld im Außenraum hingegen verstärkt, die Vektoren der elektrischen Feldstärke verursacht durch die Dipole zeigen in die gleiche Richtung wie die des äußeren Feldes. Das elektrische Feld wird nicht nur durch induzierte, sondern auch durch permanente Dipole beeinflusst. Ohne ein äußeres Feld sind die Dipole unterschiedlich ausgerichtet, wodurch deren elektrische Felder im Außenraum, zumindest in größerem Abstand, weitestgehend neutralisiert werden. Wird diese Anordnung einem äußeren elektrischen Feld ausgesetzt, so wirkt, wie wir bereits gesehen haben, ein Drehmoment auf die Dipole und diese richten sich mit ihrer Achse parallel zu den Feldvektoren aus. Die parallel ausgerichteten Dipole erhöhen im Außenraum die elektrische Feldstärke, ähnlich dem Vorgang, den wir bereits bei den induzierten Dipolen gesehen haben. Auch hier verlaufen die Vektoren des elektrischen Feldes der Dipole in Richtung des von außen angelegten Feldes, wodurch das Feld im Außenraum verstärkt wird. Der Einfluss von Materie wie z.B. Luft auf die elektrische Feldstärke und somit auf die Kraftwirkung zwischen Ladungen wird im Coulomb gesetzt durch die zuvor schon erwähnte Konstante k berücksichtigt. Diese setzt sich aus Pi und der Permittivität des jeweiligen Materials für elektrische Felder zusammen, die üblicherweise durch den Buchstaben Epsilon repräsentiert wird. Für das Vakuum ist diese Konstante nicht Null, sondern entspricht 8.854 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter. Die relative Permittivität gibt die feldändernden Effekte eines Materials im Vergleich zum Vakuum an. Für Luft erhalten wir 1.00059, für flüssiges Wasser 80, auch hier macht sich der Dipolcharakter der Wassermoleküle bemerkbar. Nähert sich ein elektrisch neutrales Atom oder Molekül wie in dieser Animation einer positiven Ladung, so kommt es durch Verschiebungspolarisation zur Ausbildung eines Dipols. Der negative Ladungsschwerpunkt des Dipols ist der positiven Ladung zugewandt, wodurch in dem inhomogenen Feld eine Kraftwirkung in Richtung der positiven Ladung entsteht. Der Effekt ist größer, je geringer der Abstand zwischen Dipol und Ladung wird. Die räumliche Verschiebung elektrischer Ladungen durch Einwirkung eines elektrischen Feldes bezeichnet man als Influenz. Dieser Effekt bewirkt, dass elektrisch neutrale Körper wie diese Styroporschnipsel von geladenen Objekten angezogen werden. Zu Beginn des Videos wurde die sich ausbildende anziehende Wirkung zwischen einem geladenen und einem elektrisch neutralen Körper mit der Eigenbautorsionswaage gezeigt. In der Metallkugel, die in der Animation als Schnitt durch eine Hohlkugel dargestellt wird, befinden sich frei bewegliche Elektronen, welche durch das externe Feld verschoben werden, wodurch ortsabhängige Ladungsdichten entstehen. Die Wechselwirkung zwischen den frei beweglichen Elektronen und den fest im Metallgitter verankerten Atomrümpfen ist deutlich schwächer als alleine durch die Elektrostatik zu erwarten wäre und wird in der Animation vernachlässigt. Die Metallkugel wird durch die Bewegung der Elektronen zu einem makroskopischen Dipol und somit folglich von der Ladung angezogen. Durch Verschiebungspolarisation oder die Ausrichtung von Dipolen wirkt eine Kraft auf jedes Material, sobald dieses in ein inhomogenes elektrisches Feld gebracht wird. Gehen wir zurück zur Konstruktion von Feldlinien. Nach dem Superpositionsprinzip kann auch das Feldlinienbild zweier positiver Ladungen errechnet werden. Wie bei einer einzelnen positiven Ladung beginnen fast alle Linien an einer der beiden Ladungen und enden im Unendlichen. Die große Ausnahme bilden die beiden Feldlinien, welche auf der Verbindungsachse der beiden Ladungen beginnen. Von der linken Ladung ausgehend verläuft eine Feldlinie geradlinig bis zum Mittelpunkt. Die von der linken Ladung verursachte elektrische Feldstärke ist hier vom Betrag her genau gleich der von der rechten Ladung verursachten elektrischen Feldstärke, die Richtung ist jedoch genau entgegengesetzt. In diesem Punkt ist die resultierende Kraft auf eine Probeladung exakt Null. Von der rechten Ladung ausgehend ergibt sich im Mittelpunkt die gleiche Situation. Es ergeben sich zwei Feldlinien endlicher Länge, die dabei aber nicht an einer negativen Ladung enden. Wie bereits gesagt ist die Anzahl möglicher Feldlinien unendlich groß und es werden nur einige Linien gezeichnet, um das Vektorfeld zu kennzeichnen. Oftmals werden die Linien so gewählt, dass die Dichte der Feldlinien annähernd proportional zur elektrischen Feldstärke in dem Bereich ist. Um das zu gewährleisten, müssen in der aktuellen Darstellung einige Linien entfernt werden, da die Feldstärke in der Nähe der durch die Bildmitte verlaufenden Achse ansonsten als zu hoch gekennzeichnet wird. Aber auch dann stimmt die Aussage nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein. Die Feldstärke ist im Zwischenraum der beiden Ladungen nahe einer der beiden Ladungen keineswegs Null. Ich bevorzuge daher die Feldlinien derart zu zeichnen, dass der Winkel zwischen zwei an einer positiven Ladung austretenden Feldlinien konstant ist. Ist die linke Ladung doppelt so groß wie die rechte Ladung, so verschieben sich die Feldlinien. Die Anzahl austretender Feldlinien ist in der Animation proportional zur Ladung, an der linken Ladung entspringen doppelt so viele Feldlinien wie an der rechten Ladung. Wie wir gelernt haben, ist keine Kraft nötig, um eine Probeladung längs einer Äquipotentiallinie zu bewegen, folglich schneiden diese die Feldlinien in allen Punkten unter einem Winkel von 90 Grad. Bei zwei gleichgroßen positiven Ladungen ist auch das Bild der Äquipotentiallinien spiegelsymmetrisch zur Bildmitte. Das Potential der beiden Punktladungen in der XZ-Ebene kann wiederum als dreidimensionale Fläche berechnet werden. Betrachten wir den Punkt in der Mitte auf der Verbindungsachse der beiden Ladungen genauer, so ist zu sehen, dass das Potential in Richtung der beiden Ladungen ansteigt, jedoch senkrecht dazu abfällt. Nur genau auf der X-Achse liegend balanciert die Kugel, welche die potentielle Energie der Probeladung repräsentiert, auf der Kante und bewegt sich abwärts zum Mittelpunkt. Sobald die Probeladung leicht neben der Verbindungslinie platziert wird, bewegt sich diese längs der Z-Achse. Verteilen wir drei positive Punktladungen in einem Winkel von 60 Grad zueinander, so erhalten wir das hier zu sehende Feldlinienbild. Zu sehen ist jetzt, dass Feldlinien, die in einem Winkelbereich von etwa 20 Grad an jeder der Ladungen entspringen, im Zentrum der Darstellung zusammenlaufen. Wird eine Probeladung hierhin versetzt, so bewegt sich diese entlang einer Feldlinie ins Zentrum und kommt dort zur Ruhe. Bei einer kleinen Auslenkung in eine beliebige Richtung tritt eine Kraftwirkung auf, deren Richtung nie aus dem Bereich zwischen den Ladungen heraus zeigt. In der dreidimensionalen Darstellung des Potentialfeldes ist dieses Verhalten nur schwer anhand der Äquipotential-Linien auszumachen. Deutlicher wird der Effekt in der Potentialfläche, wenn neun Ladungen kreisförmig angeordnet werden. Im Zentrum der Ladungen existiert ein Potentialtopf, in welcher die Probeladung rollt, sobald diese den umgebenen Potentialwall überwunden hat. Eine derartige Senke stellen auch negative Ladungen in der Potentialfläche dar, jedoch liegt der Minimalwert hier nicht beim Minus unendlich, sondern deutlich über dem Nullpotential. Um eine Ladung in den Potentialtopf befördern zu können, muss mindestens so viel potenzielle Energie aufgewendet werden, wie an der niedrigsten Stelle des Walles gemessen oder wie in dieser Simulation errechnet werden kann. Die hier berechnete Senke gilt für den Fall, dass die Probeladung nur in der XZ-Ebene bewegt wird. Das Feldlinienbild zeigt, dass eine Probeladung im Ringinnern immer zum Zentrum bewegt wird. Kippen wir den Ring derart, dass wir auf dessen Kante blicken. Alle Feldlinien, die auch nur leicht unter oder oberhalb der Ringebene entspringen, werden aus dem Innern des Ringes verdrängt. Im dreidimensionalen Raum ist eine derartige Anordnung nicht geeignet, um eine positive Ladung einzusperren, wie es bei sogenannten Ionen oder Teilchenfallen gemacht wird. Das Raster mit den Vektoren der elektrischen Feldstärke zeigt, dass diese zum Mittelpunkt des Ringes gegen Null geht. Werden weitere Ladungen hinzugefügt, die auf einer Kugelschale angeordnet sind, so nimmt die elektrische Feldstärke an allen Punkten im Innern der Hohlkugel weiter ab und das, obwohl die Gesamtladung der Anordnung gestiegen ist. Werden sehr viele Ladungen gleichmäßig auf der Kugelschale verteilt, so geht die elektrische Feldstärke im gesamten Innenraum der Hohlkugel gegen Null. Während sich die Kugelschale in der Animation aufbaut, wachsen die Vektoren der elektrischen Feldstärke im Außenraum, während diese im Innenraum schrumpfen. Blenden wir die Kugeln ober und unterhalb der XZ-Ebene aus, während deren Ladungen nach wie vor mit eingerechnet werden, so ist der Effekt klar zu erkennen. Innerhalb der Kugelschale wird keine Kraft auf ein geladenes Teilchen ausgeübt, auch diese Anordnung eignet sich nicht als Ionenfalle. Im Außenraum zeigen alle Vektoren vom Mittelpunkt der Kugelschale weg. Hier ist das elektrische Feld identisch zu dem Feld einer Punktladung im Zentrum. Außerhalb der Kugelschale ändern sich die Vektoren nicht, wenn der Radius der Hohlkugel verringert wird. Gehen wir zurück zum Feldlinienbild zweier positiver Ladungen. Die Äquipotentiallinien, welche beide Ladungen einschließen, verlaufen nahe an den Ladungen oval und werden mit zunehmendem Abstand immer kreisförmiger. In größerer Entfernung ist der Unterschied zu einer einzelnen Ladung im Zentrum der Abbildung kaum noch auszumachen. Die Feldlinien verlaufen in großem Abstand zu beiden Ladungen geradlinig vom Zentrum der Abbildung weg, bedenkt, dass Anzahl und Startpunkt der Feldlinien frei wählbar sind. Die beiden einzelnen, räumlich voneinander getrennten Ladungen können bei großen Abständen als ein punktförmiges Objekt mit zweifacher Ladung betrachtet werden. Je geringer der Abstand der beiden Ladungen zueinander, umso deutlicher ist der Effekt. Die Äquipotentiallinien der zweidimensionalen Abbildung werden im dreidimensionalen Raum zu Äquipotentiallflächen. Für den Fall zweier positiver Ladungen sind diese Flächen rotationssymmetrisch zur Verbindungsachse der beiden Ladungen. Mit zunehmendem Abstand und somit kleiner werdendem Potential verschmelzen die beiden Flächen. In sehr großem Abstand wird die Äquipotentiallfläche zunehmend kugelförmig. Wie die Äquipotentiallinien in der zweidimensionalen Darstellung entspricht die Äquipotentiallfläche im dreidimensionalen Raum der einer einzelnen punktförmigen Ladung im Zentrum. Wie bereits gesagt, sind Protonen Träger der positiven Elementarladung. Protonen sind nicht punktförmig. Diese bestehen aus drei Quarks, einem Downquark mit einer Ladung von minus einem Drittel e... ...und zwei Abquarks mit einer Ladung von je plus zwei Drittel e. In der hier zu sehenden Animation befindet sich das Downquark in der Mitte und die beiden Upquarks sind außen und schirmen so die negative Ladung weitgehend ab. In großer Entfernung gleicht das elektrische Feld dem einer positiven Punktladung. Die Feldlinien verlaufen geradlinig vom Zentrum weg und die Äquipotentiallinien sind in einem Abstand von etwa dem 2,2-fachen Durchmesser der Anordnung annähernd kreisförmig. In der Potentialfläche ist das negativ geladene Downquark von einem Potentialwall abgeschirmt. Je geringer der Abstand der Teilchen zueinander, umso höher ist dieser abschirmende Wall. Die Äquipotentiallinien verdeutlichen die Potentialunterschiede. Um eine positive Probeladung in die Nähe des Protons zu bringen, muss Arbeit verrichtet werden. Verringern wir den Abstand der drei Quarks auf Null, so entspricht die Potentialfläche der einer einfachen positiven Punktladung. Die Äquipotentiallinien werden zu konzentrischen Kreisen, wobei sich Lage und Form des äußersten Ringes in der Animation nur unmerklich ändert. Wird die Probeladung erneut auf den gleichen Abstand zum Zentrum der Anordnung gebracht, so muss diese jetzt auf ein deutlich höheres Energieniveau gehoben werden. Der Unterschied in der Potentialfläche weiter außen ist hingegen minimal. Um die Struktur eines Protons mit Hilfe von Streuexperimenten untersuchen zu können, muss die verwendete Probeladung so nahe an das Proton gebracht werden, dass sich deutliche Unterschiede zu einer Punktladung bemerkbar machen. Zwar fällt die Ladung des Protons mit plus 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb sehr klein aus, jedoch ist der Radius eines Protons mit etwa 1,7 mal 10 hoch minus 15 Metern ebenfalls sehr klein. Die aufzuwendende elektrostatische Energie, die nötig ist, um zwei Protonen auf einen Abstand von 3,4 mal 10 hoch minus 15 Meter, also den doppelten Durchmesser zu bringen, beträgt etwa 69 mal 10 hoch minus 15 Joule. Das entspricht etwa 0,43 Megaelektronenvolt, einer in der Atomphysik gebräuchlichere Einheit, die sich ergibt, indem man die Energie in Megajoule durch die Elementarladung teilt. Die gleiche kinetische Energie bei einem Teilchen mit einer Masse von nur 1,673 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm wird nach der newtonschen Mechanik bei einer Geschwindigkeit von 9000 Kilometern pro Sekunde erreicht. Das ist einer der Gründe, warum sehr starke Beschleuniger benötigt werden, um die Struktur kleiner, geladener Partikel zu untersuchen. Geht der Protonenradius gegen 0, so ist das Potential unabhängig von der Anordnung der Quarks in diesem zugegebenermaßen sehr einfachen Modell. Wir erhalten das Potential im Feld zweier Punktladungen. Bewegt sich eine Punktladung, so ändert sich auch das elektrische Feld in deren Umgebung. Diese Änderung breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum aus. Je schneller die Bewegung der Ladung im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, umso stärker weicht das Feld von einem elektrostatischen Feld ab. Aus bewegten Ladungen resultiert die Elektrodynamik, die in einem weiteren Video behandelt wird. Zusatzinformationen zu diesem Kapitel über Elektrostatik gibt's wie immer auf der Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald! Bewegt die Vielen Dank.